Da oben ist, naja, da müssen wir noch ausführen, weißt du, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir noch alles weg. Material haben wir ja genug hier. Oh, die können wir schon... Wird das gar was? Ja, wird ja gar was, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, da waren... ...das waren alle hier. So, wie sieht das hier aus? Das sieht eigentlich vom Sauerstoff her sehr gut aus jetzt. Das ist schon mal gut. Ich muss auf jeden Fall noch beachten, dass wir noch Essen haben. Lassen wir wieder ein bisschen mehr, das ist gut. Ich brauche schon, dass fertig. Aber lass mich erstmal ein bisschen aufbauen, würde ich sagen. Das war noch richtig. Ähm... Tja, da oben könnten die Betten dann eigentlich hinsetzen, oder? Oder nicht, oder doch? Hm... Nee, vor allem ist hier auch gut, weil das ist nicht schlecht. Das Problem ist, dass wir hier jetzt wieder... ...kamen da, im Zeit... ...das ist nicht so pralle. Die Betten kommen hier oben auf jeden Fall dann als nächstes hin. Guck mal, direkt mal... Warte mal, Furniture... Hier. Ähm... Boah, die Frage ist, ob ihr Licht braucht, das weiß ich halt nicht. Was weiß jetzt, ich sehe hier eine Lampe einfach hin. Und jetzt sind dann... Ein bisschen absatz hier, würde ich sagen... Sagen wir vier. Da kann ich noch nicht, da müssen wir weiter arbeiten, okay. Gut. Und du pennst erstmal direkt da unten. Na jawoll, ja. Haben wir alles gelernt... Wow, das geht ja richtig schnell. Nächste wird gelernt. Ich bin da richtig fit jetzt hier. Wo ist Wasser dafür? Krass. Okay, hab ich auch noch nicht gesehen. Ach, da ist hier so eine... Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Klopfmännchen. Ja, da oben, das müsst ihr noch irgendwie wegmachen hier. Weil da brauche ich dann Platz noch. Da müssen noch mindestens zwei Betten hängen. Und dann laden wir noch mal ein bisschen Leute ein hier. Mindestens... Ja, ein oder zwei noch. Und dann bauen wir auch eine Küche hier hin. Ich bin grad immer legen. Für die Becken und hier noch Dinger zu bauen. Wollen wir mal... Ähm... Ist auch natürlich auch voll toll, dann in den Buschbecken pennen. Aber jetzt egal. Was kommt da hin? Und dann hätte ich gerne noch eine Toilette da oben. Ja, komm her. Weil es immer auf Tom ist oder sowas. Dann kann die hier hinten... Wollen wir noch ein bisschen die auch da lassen. Wollen wir noch ein bisschen die auch da lassen. Wie sieht das da unten jetzt aus? Da bildet sich ein bisschen was. Das ist nicht so pralle. Das wird ein bisschen mehr jetzt hier. Aber das ist da, wo die sich aufhalten, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Sieht bisher noch gut aus. Das wird interessant, wenn wir eine Verbrennungsmotor-Geschichte hier einbauen. Dann... Hm... Könnte das ganz interessant werden. Oh, dann bräuchte ich ja zumindest nichts mehr machen. Das wäre dann ein bisschen einfacher. Ich hätte ja gern, dass ihr das Zucker wegpackt hier. Oh, mal den Kram weg hier, ey. Das wird mir ja nicht... Das wird mir ja schlecht. Oh. Sandstein! Hab ich keinen Sandstein mehr? Warte mal. So, Sandstein habe ich ne Menge. Dann müsst ihr das doch eigentlich bauen können damit. Warum baut ihr das nicht? Krimi, wir brauchen auf jeden Fall mal ein bisschen Dingens hier, ein bisschen Dekor glaube ich. Unreachable Billiardöl, müsst ihr jetzt erstmal abreißen, ne? Ich frage mich, warum ihr hier oben nicht weitermacht. Habt ihr noch einmal die Besserung machen zu tun außer Forschung? Wahrscheinlich muss ich das wieder einstellen, was ihr genau machen sollt. Er macht jetzt meine Forschung zu Ende. Der sagt mir immer zu wenig Sauerstoff. Muss ich mal gucken. Ja, vielleicht muss ich da noch mal so ein Sauerstoff-Ding hinbauen. Hier oben vor allem müssen wir was hin. Algen haben wir hier oben noch ein bisschen. Das ist Schleim. Was Gutes weiß ich allerdings auch noch nicht. Das hier würde ich gerne verarbeiten. Hier sind überall noch Algen. Hier ist alles voll mit Algen. Was können wir eigentlich noch verarbeiten, meine Dinge hat. Das ist nicht mehr so frisch, das muss alles weg hier. Das ist gar nicht alles weg. Warum ist der schon wieder darauf rum? Er ist ja kaputt. Er ist total genervt. Ja. Was ist die Rolle? Muss ich nur sagen, dass sie sogar kaputt waren. Muss doch operiert werden, Mann. War da noch genug Copper hier? Was müssen wir eigentlich noch haben? Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Copper wieder. Hier ist noch Copper, aber das würde ich jetzt irgendwann abbauen. Ich will das Zeug hier nicht mehr fertig gebaut haben, Jungs. Zum Beispiel Tag 21 jetzt sieht es ein bisschen aus, als wenn der Sauerstoff nicht reichen könnte. Das müssen wir unbedingt im Auge halten. Sauerstoff sieht an sich noch gut aus. Müsste doch passen. Gucken wir mal. Nacht ist auch gleich wiederum. Stress ist hoch. Wie kann man denn Stress ein bisschen abbauen? Ah, ich weiß wie. Äh... Stress abbauen. Müssen wir hier hinten einbauen. Ich habe gerade keinen Platz dafür. Warte mal. Das war... Hier. Er hat höchste Priorität. Bam. Oh nein. Den müssen wir auch noch... Oh shit. Der braucht Sprung. Der deconstructet den mal wieder. Wir müssen den hier irgendwo hinsetzen. Ähm. Der deconstruct. Dann sitzt hier mal den, äh... Der Massage. Komm, wir bauen den hier. Auf die andere Seite. Dann bauen wir hier noch eine Etage hin. Dann müssen wir so eine Ecke. Dann müssen wir so eine Saune machen. Dann können wir die wieder runtergucken. Wenn der immer neu kommt. Hier. Der weiß da jetzt Atlantis. Das wär ganz cool. So komm, jetzt krieg ich hier auch mal Saugetäbel. Strom. Ich hoffe nur, wir haben hier noch Strom, ey. Oh oh. Ah, schon ein bisschen Hardcore. Ich glaub, Strom wird schon ein bisschen kriminell jetzt. Oh. Was kam denn da? Er zeigt gerade, was ist denn da? Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Das ist ja nicht. Das ist ein Problem. Der hat das brauchste, ne? So, das könnte man denn eigentlich auch abozubehauen. Du bist nur einer. Der muss halt immer laufen. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ähm... Jetzt bin ich gerade am überlegen. Wie machen wir das dann am geschicktesten? Frankie muss erst mal hier... Oh, jetzt kann er wieder nicht. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Wir brauchen mehr Strom, ne? Wir müssen... Wir müssen eine Kombustion-Maschine anschmeißen. Hier geht nicht anders. Power. Hydrogen into power. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Natural Gas. Habe ich bisher auch noch nicht gebaut. Boah, ist das Ding fett. Ist natürlich die Frage... Ist das hier richtig? Oder setze ich das da unten hin? Natural Gas. Komm, wir brauchen das hier unten hin. Ich weiß noch nicht genau, was es macht. Wir werden es sehen. Erstmal... Abreißen. Beziehungsweise du nicht. Du kriegst hier... Das war fast korrekt. Nicht ganz. Da basteln wir die Ecke nochmal neu. So. Wird das hier unser... Weiß ich noch nicht Raum. Mal gucken. Unser mal gucken, weiß ich noch nicht Raum. Da kommt jetzt rein... Das hier. Dann setzen wir da noch zwei neue Betten rein. Und gucken, wie man das sauerstofftechnisch aussieht. Das ist ein bisschen blau. Ist noch nicht optimal. Wir müssen hier eine Sauerstoffversorgung hinbauen. Machen wir das normal Sauerstoff. Der Powerstoff mit Sauerstoff. Boah, boah. Wieder Stromkabel hier, ne? Ich hoffe, nur das Zeug reicht, ey. Das Problem ist, nur ein Laufrad reicht schon nicht mehr aus. Wir müssen hier zwei Laufräder hinbauen. Andererseits will ich ja gucken, was die anderen Dinger hier machen. Hydrogen. Wo haben wir das denn? Looted Water. Wahrscheinlich haben wir das irgendwo ganz so... Chlorin? Chlorin weiß ich nicht, ob wir das verarbeiten können. Voluted Oxygen, okay. Da ist... Ehh. Ein Puft. Ein Puft, alles klar. Carbon Dioxide. Und Chlorin. Chlorin haben wir hier, weil... Das ist zurück auf Wegräumen hier, Leute, ne? Nicht liegen lassen, sonst gammelt der ganze Mist hier weg und dann... Das sieht echt üblich aus. Ach, Mehl. Das sind Mehlwürmer. Mhh. Da liegt jetzt so ein... Ja, lecker. Ich bin vollends begeistert. Komm, wir suchen mal. Du gekönnt. Äh... Du hast natürlich voll die Stärke, ne? Neun ist eigentlich gar nicht schlecht, aber du bist... Lernen, Immunität und Medizin eigentlich auch nicht schlecht. Komm, wir nehmen dich. Kamil. Joink. Die Stärke ist auch schon erledigt. Jetzt sind die Leute auch um die ja nicht mehr so gestresst hier dann. Das muss noch ein bisschen weg hier. Das Problem ist, ich muss das Wasser da anschließen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll, ohne mich einzusauen. Da ist noch ein Problem. Weil da könnte ein Vorteil also daraus machen und dann wird das Zeug hier auch verbraucht. Das ist eigentlich schlecht, wie er... Aber jetzt ist es nur Schlafenszeit. Aber jetzt ist es nur Schlafenszeit.